ja ich sag mal die haben uns letztes mal beim heroin versucht zu überfallen das ist das einzige problem was ich gerade habe okay was sollen wir machen weiss ich nicht swally was sagst du du willst ballern überfall ok wir müssen aufpassen wegen denen im haus ja kein problem hast du den oder das ne ja da sind zwei drin aber ich mein der kauft hier verarscht sich gerade ich sag wenn sie die waffe im haus sind zwei leute ich brauche hier oben noch einen ich sag wenn sie die waffe heben sind so tot okay die kommen runter ja also wir haben uns wir haben uns alle geeinigt die sind unten nirgendwo wir werden sie jetzt bitten ihre waffen nicht zu heben ansonsten öffnen wir das feuer stehen bleiben hände über den kopf dann nehmen ihre hände über den kopf der kerl im schilf auch da hinten wenn er seine waffe hebt schließlich der eine läuft zur limo was mit dem was mit dem typ vor dir der noch die waffe hat sehr gut der andere dahinten bitte auch ja sehr nett okay hat schon gemacht ein traum so gefällt uns das verstecken sich hier noch irgendwelche anderen leute ich jetzt nicht gesehen habe wie oft noch nein wir wollten nur ein reparatur kit ich weiß nicht was du jetzt hier so rumstressen und ja ja wir haben das schon verstanden wir haben das verstanden wir haben das alles besprochen sie wollen reparatur kit das passt aber ein kollege von jeder hat sich daran erinnert dass es wohl irgendwie mal probleme gab am gang hideout bei kokain bei heroin da kam irgendwie ein paar von ihren kollegen an und haben versucht unsere tour abzunehmen das fand ich nicht so amüsant ach ja gut schön also ich könnte neue waffen brauchen ja dann tut einen rucksack und dann soll dieser marius hier schon mal seine geben marius der hier bei dir mich einsteigen mario mario ja mir gefällt deine waffe eine waffe ich hätte die gerne die gerne ja cool die auf die auf die auf die auf dem rohnen legen wir lassen euch dann erstmal in ruhe du ich bin gerade ein bisschen angepisst von heute muss ich ehrlich sagen das beruht auf gegenseitigkeit ich darf ihn ja schießen ja deswegen kannst du einen countdown anzählen ja der meinen forscher drüben will man kurz mit dir sprechen oder was auch immer wie ist das wer hat geschossen warum guck dass ihr die leute im auge behaltet ich glaube da hin weil die schisse kommen weg du wurdest getötet ja ich weiß lily unicorn ist er von dir ja dürfen wir dann alle gehen ja ja nein nicht die hier stehen behaltet die im auge ich habe hier schon mal einen gefesselt die nehmen waffen runter äh die kommt von da hinten ja die haben auch die sind beide tot einer ist hinten auf dem feld ich markiere euch das gleich ich habe hier einen gefesselt wo ungefähr ich markiere euch in 36 sekunden wo der auf dem feld hinten ist da kann aber gar nicht schießen der typ mädigel hat eingekillt amigo hat schon zwei gekillt das auch ich bin auch tot da wo du hängeschaut hast von da wurdest du getötet oder die richtung wo ich gelaufen bin habt ihr das gesehen so jetzt warte ich kann respawn markiere ich den scheiß da lebt noch alles hier auf dem feld gewesen ich der will jetzt dass wir die blut kommen ok das hier ist markiert da ungefähr hat er geschossen das war auch mein problem aber der lag mitten auf dem feld also da lag nicht irgendwie in wo da hinten wo er markiert hat bei mir wo wird noch auf euch geschossen wie ist auf jeden fall noch jemand nein auf dich auf den typ jemand hat ihn erschossen der abos killt von seinen eigenen freund typen da das cool Einer hier liegt hinter dem Stein. Deiner Seite, ja. Oder was? Wow, 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 wow. Der hat sich bewegt. Der hat es geschafft, mich irgendwie zum Laufen. Geh mal ein Diplo, ne, wegen den Typen. Wieder da. Alter, bin ich erschrocken. Das ist ein Feuerwerk. Wo siehst du denn, Digga? Der sitzt hinterm Haus. Wenn der da noch wer Deadpool hätte, der dich schon erschossen. Ich bin auch so gelaufen wie du. Okay. Ja, aber ich gucke mir das da oben mal an. Alter, das kann doch nicht sein, dass ich den nicht treffe. Wie gesagt, hinterm Haus, da wo der Müll war, rechts davon. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe den auf jeden Fall getroffen, zweimal, und der überlebt es dauernd. Mach ich sehen. Dann hole ihn jetzt, der gibt mir so nicht auf den Sack.